Frühstück kommt da. Das ist der Café Bangkok Post. Jetzt hier ist John Lenn Thema. Das ist im John Lenn Park in Palazura. Ich weiß nicht, aber... Wikileaks ist ein Mastercard hier. Ich bin noch mehr an Abangong Post. Ich bin noch 30 Jahre nach dem Tod. Frühstück ist da. Leben wir gesund. Gemüchtes Obst mit Müsli und Joghurt. Dazu frisch gepresste Orange. Das ist wie ein großer Schmetterling verheirat. Schwarzer, weißen Kumpel. Ja, wo geht er aus? Kommt er nicht mehr raus. Dann geht er wieder raus. So, da ist ein Hammer. Der kostet richtig Geld. Und dann noch verkromter Haube. Ein bisschen mattlack.